so und dann direkt wenn du da bist er ist direkt raus aber es sind wir gleich drin der war Google durchschauen mir würde jetzt spontan auch nichts einfallen warum das nicht geht und wenn er die Lobby aufmacht geht er auch nicht ne das haben wir noch nicht probiert das müssen wir nächste Runde Anna wollte ja unbedingt Killer sein ja beim letzten Mal bin ich ja nicht dazugekommen weil alle rausgegangen sind weil er noch nicht Freund ist oder ist er Freund ja daran liest er nicht, er hat ja auch schon in der normalen Lobby probiert achso und da ging es auch nicht da ist irgendein Bug ja das ist, das Spiel ist ja halt noch neu ja wenn auf Google steht will ich ausprobieren dass du Kalt Dateien erstmal löscht und dann nochmal versuchst für uns sehen aha ok ja oder mal erst, erst mal googeln oder mal mit Steam Dings Spieldateien reparieren mh das wäre auch eine Möglichkeit die Dateien erstmal durchstecken lassen noch mal da Hallo das nerven mich grad das nerven mich grad das nerven mich grad das nerven mich grad richtig an mit Rey ach der Feinheim redet sich immer immer darüber auf weil wir ne ja 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 sag mal Andy was für Spiele du spielst du denn sonst was so Call of Duty Overwatch was macht ihr da und nicht ich bin noch gar nicht so weit ja so war es aber auch so weit ist hier vorm schöner haken abzufüllen ich dachte dass der kenne nee und ich bin vielleicht drauf so schnauze guck 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 okay komm rette mich rettet mich sie ist bei mir sie laufen hinterher nö tue ich gar nicht das spiel kann manchmal lustig sein Es ist manchmal auch sehr wütend und gar. Nein! Ich lasse mich jetzt retouren oder was? Bleib doch mal stehen. Oli, Oli war da hinten. Ich lauf doch nicht so schnell. Ich? Ach, daneben. Ich hab dich gesehen. Mich? Ich bin mir mal angesprochen. Alter. Nein, nein. Oh, da kommt jemand anderem. Sis, 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 sis. Dana, wo hast du denn jetzt Oli gefunden? Ich suche ganz halt Oli und du findest ihn einfach. Ja, hier. Ja, warte, komm mal hin. Oh, ich hab ihn gefunden. Narissa, wo bist du? Bist du bei einem Knuffer-Holskimt? Hm, warum funktioniert das nicht? Ah, so funktioniert es. Von dem... Anna. Ich bin dein, ähm... Entschuldigung. Ach, ich bin hier. Da ist er hier hinter dir. Da ist er. Ja, ich seh's doch, sag's noch. Jetzt hab ich ihn aufgehoben. Ach so, ach komm her. Den will ich nicht aufheben, der ist schon tot. Hä, wie hast du ihn jetzt aufheben können? Warum ist Oli tot? Keine Ahnung. Wer steht da in der Luft? Hä? Alter, der steht da in der Luft? Ich hebe ihn mal auf und häng ihn an den Haken. Er ist zwar schon tot, aber... Das Zeichen ist, als wenn du ihn jetzt, äh, wie heißt das? Ähm, mit der Hand getötet hättest. Ich hab ihn auch mit der Hand getötet und jetzt hab ich ihn aufgehängt. Ich rette ihn. Aber er ist noch nicht tot, oder? Oh, wo bist du bloß? Ich seh dich gar nicht. Nein! Alter! Ich kann grad Oli's Füße heilen. Wollen wir's? Anna, lass doch mal eben. Ich find's grad voll spannend. Wo ist sie? Wo bist du? Ich hab grad Oli geheilt. Oli ist jetzt voll am Leben. Ich hab ihn erstmal ausgehakt. Aber ich hab ihn doch schon getötet. Guck, guck! Aber ich hab ihn auch haken können und ich hab ihn dann nochmal heilen können. Ich hab ihn doch noch extra. Oh Mann. Ja, wenn du da vor mir in die Hockey gehst, was soll ich denn da machen? Wo ist denn hier ein Haken? Du hast's ja voll auf mich abgesehen, weil ich dich in der letzten Runde nicht haben gehen lassen. Hör mal auf zu zappeln, hier sind voll keine Haken. Bitte! Doch! Nein! 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 Ich hätt's doch gar... Einmal... Oh, du übersteuerst. Aber das Übersteuern kommt nicht von dir, sondern von meinen Haken. Oh, hier sind wir uns. Nein, SpaceCup! Na, wieso kann ich denn hier nicht? Mein Spiel ist verpackt. Ist der Killer an der Wurstheke? Da liegen zwei jetzt um mich rum. So, die sterben sind die Luke. Oh ne, es ist noch gar keine, war ein Generator, komm mal. Ja, vor allem, wir sind nur drei, da müsste ich noch zwei Stück machen. Ja. Du hängst da irgendwie noch beim Olli rum, gell? Kann das sein, ne? Nein, der läuft hier. Irgendwo hier. Hier sind zwei Fallen, das schaffst du nicht mehr. Ja. Druggle noch ein bisschen. Ich hab ihn schon gefunden. Ich guck dir mal zu. Ja, lauf mir halt entgegen, du bist so ein Profi-Spieler. Ach, meine. Ja. Aber ich bin dir eben heute, äh, heute mal entkommen. Ja. Das war mega cool. Wie es um die Bäume geht immer. Ich bräuchte jetzt den Hauptschüsse. Wo bist du denn? Nächste Runde rüste ich den Hauptschüsse aus. Wo bist... da bist du? Ach, stimmt ja. Nein, ich bin, ich bin hier nicht. Nee, ich glaub auch nicht, dass du da bist. Du bist bestimmt ganz woanders. Hängt der jetzt noch hier am... der hängt immer noch am Haken? Hier, guck mal, Olli! Nimm ihn! Nimm ihn! Den hab ich schon genommen, war nicht so toll. Nimm ihn ran! Nimm ihn ran! Tu es! Der ist schon durch. Der ist schon durchgenult. Eeeeee. Eki, was ist das denn? Aber irgendwas macht da hinten Geräusche. Na! Oh! Guck, guck! Na ja, ähm... Na? Das war Profimäßig. Hier ist voll kein Haken. Nein, hier ist keiner. Den hat leider die Larissa schon mitgenommen. Tja. Da ist... Den Haken, der da ist, den machst du nicht. Wer macht denn da... Irgendwas macht hier ständig Lärm. Ist voll irritierend. Ich hör das auf. Warte mal, ich will jetzt meine... Greifen zu holen? Nein, das ist nicht nett. Gute Nacht. Andi, hast schon was gefunden? Andi? So. Bin ich. Hast schon was gefunden? Na, Hobby nicht, ne? Ach, noch nicht. Laten doch jetzt gleich nochmal ein. Gehen wir nochmal in die Lokal. Ja, nee, jetzt muss Andi machen, um den Killer zu spielen. Ach so, das geht auch. Das wäre fehl, klappt das ja. Wie schade, dass ich meinen Rangknödel nicht behalten kann. Oh nicht. Ja, weil offline, also... Ach so, ach, du steigst ja dann, gell? Pseudo offline. T, offline. Ja. Ähm, den da. Dann geh zurück. Dann geh zurück. Was ist das andere? So, wo haben wir gehört? So, wo haben wir gehört? So, wo haben wir gehört? Hallo. Was? Ja. Ob alle Versionen hier auf dem gleichen Stand sind. Vielleicht fehlt dem anderen ja, äh, Update. 1.3 oder 1.0.3 oder sowas. Das kann sein. Das ist jetzt gleich. Ich hatte ja letztens auch, ich hatte ja die Klamotten und ihr hattet die noch nicht. Richtig. Aber es hat trotzdem funktioniert. Miau. Ach so, ich sollte klicken. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ich weiß. Ja, ich bin, ich bin halt Killer. Oh, es klappt bei den ersten Malen. Ist ja geil. Wie sie alle ihre Perxe auspacken. Packen. Hä, was ist denn das? Zweimal dunkel, einmal hell. Ihr seid echt clever. Dunkel? Ich habe hell gemacht. Ich habe hell gemacht. Warum hast du hell gemacht? Damit es nicht zu dunkel ist. Oh, dieser Schmerz. Ah, ah, ah. Alles okay? Damit ich euch auch gut sehen kann. Ja, der Luchonat hatte ich. Wir haben ja auch schon eine Runde mit äußerst. Aber ihr habt zweimal äußerst dunkelstes. Also äußerst. Also dann zählt eins auf jeden Fall. Ja, aber zweimal dunkelstes kann es nicht geben, weil dunkelstes ist das dunkelste. Und jetzt ist auch immer hellstes. Doch, nett. Ein Ausbund an Klevernäs. Aber was ist hier? Schlachthaus ist allgemein sehr hell. Schlachthaus ist Käse vor allem. Mag ich nicht. Ich höre eine Karte. Wo bist du denn? Warum mit deinen Karten schlüssel ab? Nein, keine Karte. Das ist Gedankengang. Ah, ein Schlüsselchen. Puzzi Puzzi. Wo bist du denn? Oh, ich muss jetzt. Ich muss jetzt einfach terminokleer vernichtigen und so. Jetzt weiß ich, was dieser Gedankengang bringt. Wenn ich das einsetze mit den Addons zusammen, weiß ich, wo der Killer ist. Nein, echt? Wow. Aber nur kurz. Ich sehe schon cleverness. Ich habe den Killer auch gesehen. Jetzt bin ich bei dem Generator. Ja, das ist ja sehr tragisch. Joa, der Schlüssel. Willst du mich nicht nochmal sehen, benutze doch mal den Schlüssel. Hörst du das? Ich sehe das nicht. Nein. Geh doch weg. Sag mal, hörst du das mit dem Schlüssel? Okay, jetzt halb ich auf. Natürlich höre ich das mit dem Schlüssel. Aber du bist aus Reitweite drüber. Schäm dich. Was? Alter, aua. Ey, der Cheater. Wo bist du? Troll, troll, troll ist alles, was ich habe. Troll, troll, troll ist alles, was ich mag. Aua, lass mich! Tut's weg! Wenn der mich immer so lange überlegen würde, wenn er mal zuhaut. Ob er zuhaut. Hau ich den jetzt oder streichle ich ihn nur. Moment, ich muss eben mein Messer abwischen. Hältest du noch oder lebst du schon? Bleib doch mal stehen. Genau. Lass dich mal sterben. Äh, töten. Ding ins Kirchen. Ha! Ich glaub's, ich fall da drauf rein. Ach, jetzt bleibt doch mal stehen. Bleib 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 doch mal stehen. Was hast du denn so eilig? Aua, 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 aua. Aua, lass mich. Ich bin jetzt herzbar, bitte. Nein. Miau, 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 miau. Was ist denn dieser Gedankengang eigentlich? Äh, einfach nur die Aktivierung für deine... Er rennt hier rum wie so ein Bekloppte. Ach, du Scheiße, was ist denn da? Tja. So nicht, mein Freund. Nein. Ach, und guck mal, was hier ist. Oh, du musst essen. Ich hasse nicht. Disneyland? Und guck mal, was ich hier für dich hab. Crack? Das ist die Hunde. Olli, komm. Also du bist ja ganz auf einer anderen Seite, oder? So, gut, super. So, gut. So, gut. So, gut. Und zweimal. Ey, warum hast du zwei? Toshita? 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 Wenn sie gleich mal ein Drittel in der Hand haben, denken wir gar nicht mehr. Aua, aua, aua. Nee. Was ist das? Das ist gemein. Das ist, das ist lecker. Ach, da komm ich schon nicht lang. Scheiße, Alter. Na komm mal her. Nein. Ich komm doch nicht lang. Oh, tschüss. Tschüss, du Lusche. Ja. Hallo. Aua, lass den Olli nicht an den Haken. Aua, Hilfe. Ich weiß das nicht. Aua, nein. Der Haken und Bergen ist mit meinem Kugelspotz. Das ist unhygiene. Wo willst du hin? Ich? Weg. Ah, unter und runter. Tschüss. Hier, loschen. Nein. 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 Ich will sie. Nein, ich darf nicht. Nein, ich darf nicht. Nein, ich darf nicht. Ach, kass. So, wo ist der Haken? Hier ist der Haken. Ich weiß nicht, wo der Haken ist. Guck mal. Ich weiß nicht, wo der Haken ist. Guck mal. Oh, er hat sich dann verletzt. Der Haken ist. Die mittelosteuropäische Flächerschlange. Wer bist denn du? Wer bist denn du hier, Junge? Wer habe ich hier gerade? Das ist auch nicht. Oh Mann. Alter. Was hat das denn? Was? Was? Wie halt die Scheißfallen immer wieder aufmacht der Trottel. Hoppla. Eine Bärenfalle. Bleib doch mal stehen. Ach nein, ich will dich nicht schon wieder töten. Nein. Ich nehme mal den anderen. Ich nehme erstmal meine Fallen mit. Ja, ja, super. Das ist okay. Das ist eine Great Idee. Ja, wo ist der denn bloß hingekrochen? Nimm meinen Schlüssel. Nein. So, ich bin wieder los. Oh nein. Und drauf. Hör dir mich. Warum ist das hier? Du kannst doch nicht mal sehen. Scheiß Hacker. Warum es nicht klappt. Hör dir mich. Oh. Weil jetzt ist schon wieder. Der ist schon wieder so komisch tot. Ganz toll. Wo bist du denn? Oli ist tot. Hat doch gerade gesagt. Hörst du es schlecht? Glaubst du? Ich kann nicht lesen. Oli, eine Taschennappe. Ein super seltenes Item. Ja, ja. Das ist thermonukleare Vernichtungskraft. Mhm, 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 mhm. Nein. Was? Da muss ich nicht mehr. Da muss ich nicht mehr. Da muss ich nicht mehr. Also bitte. Nein. Nein. Guck mal, was ich hier schönes hab. Oh, ein Obstbaum. Gut. Das finde ich gut. Mit Hakenbirnen. Die sind sehr selten. Überaus schmackvoll. Ähm. Es ist mackvoll. Lolololol. Oh nein, er ist entkommen. Nein, ich hab keinen Knuspergriff. Du hast Knuspergriff. Du hast Knuspergriff. Nein, ich hab keinen Knuspergriff. Hast du dir nicht meine Dings angeguckt? Meine Pörse. Warte, ich mach mal eben gerne mal Antwort. Nein. 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 Ja, wo ist er denn bloß? Ja, wo ist er denn bloß? Nein. Ja, wo ist er denn? Weg. Ah, er ist tot. Nein. 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 Ein Labyrinth. Ein Labyrinth. Ein Labyrinth. Da, da hast du dich jetzt verraten. Ein Labyrinth. Da, da. Ja, läuft mal. Ein Labyrinth der Gefühle. Wo ist er bloß? Da geht's mit meiner. Wo ist er bloß? Oh, da bist du gefangen. Ja, da bist du zurecht gefangen. Damit hast du jetzt noch mehr verraten. Ein Labyrinth. Ein Labyrinth. Ja, wo ist er denn? Die, die, die... Die, 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 die... Die, die, die... Ach, scheiß doch der Hund drauf. Ich weiß ja, ne. Der Brand hat. Der Dieter so. Die, 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 die... Die, 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 die... Die, die, die! Die, die, die... Die, die wir einfach mal einen Garters anzahlen. Das kannst du jex. Machen. Wenn du wegkommst du einfach rauskippt. Alter! Wo so lange die Garten ausgehen. Oah, eine Mildschanne. Das ist ja ekelerregend, der Haftbeer hat mich auf tot. Ich hab keinen Haken. Verbrennen in der Mülltonne, verbrennen in der Mülltonne. Der ist schon weg, das ist schlecht. Ich hab den Kopf immer in die Mülltonne gestopft. Na mal auf zu zappeln, sonst komm ich nicht bis zum Haken. Ich hab doch keinen Knuspergriff. Ach, toll. Jetzt macht der den Fehler auch. Oh nein, der ist mit Olli! Nein! Ich beiß dich dir in den Sack. Der Sack ist sogar noch Olli. Olli, äh, Anni, hast du jetzt die Datei nur noch durch? Äh, gut da gut. Bitte was? Ja. Schön war's, solange es wehrte. Ja, 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 ja. Nur weil du mich direkt klingen konntest. Löse Hacker. Ich hab dich auch aufhängen können. Du lagst da oben wie auf dem Präsentierteller. Äh, 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 äh. Mä, 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 mä. Kannst du gar nicht? Ich hab nur 13.000 Punkte. Ich habe übrigens keinen Knuspergriff. Aber die unendliche Vernichtung der thermonuklearen Gehirn zerschmetterung. Und ich hab ihn schon mal. Und RTL? 2. Ja, RTL. Tolle Stärke. Voll Bruntal, Alter. Voll Bruntal. Bruntal?